Musik So, ha, 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 moin ihr Lieben, da haben wir später den nächsten Einsatz. Äh, ja, ich war jetzt gerade mal ne kurze Pause machen, ich war nämlich kurz auf dem Klo. Und warum geht das Scheiß jetzt hier nicht? Wo ist meine Maus? Äh, helfe! Da ist er. Zurück zum Spiel. Ich find meine Maus nicht. Hallo? Ha, ha, ha. Ja. Auch nicht schlecht. Wo ist meine Maus, Marie? Da ist sie. Ruhig weg. So. Seht ihr meine Maus? Ich nicht. Machen wir das mal so. Achtung, Brandschutz, PKW-Brand, Einsatz für LF24. Aha. Gut, dann probieren wir das jetzt mal aus, ne? Äh, ja. Mahlzeit. Ich soll das LF24 jetzt fahren. Na, mal gucken. Gut. Alles gut. Sieht gut aus. So. Da machen wir natürlich wieder die drei, ne? Und dann lassen wir an den Zuhorn. Oh, klappt doch ganz gut. Oh, au, 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 au. Irgendwas hakt hier. Hat das Spiel Probleme? Das reagiert saumäßig langsam. Ah, mal gucken. Kriegen wir schon hin. Ah, das Ding ist schwerfälliger. Aha. 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 Kling mal alles hin. Hmm. Hm. Ah, sechs, neun. So. Sieht schon gut aus. Sieht schon gut aus. Meine Fresse. Das hätte ich jetzt ins Auge gehen können, ne? So, da machen wir folgendes jetzt. Neun aus. Sechs aus. Drei aus. Sechs Uhr achtzehn haben wir jetzt, ne? Das Auto ist halt schwerfälliger. Der ist ja auch größer wie das TLF. Aber wir üben ja noch. Wir üben ja noch. Wir üben ja noch. Wir üben ja noch. Naja, also in Wirklichkeit hat man da schon ein bisschen anderes Fahrgefühl wie hier, ne? Im Spiel. Geo-Grüner wird's nicht. Naja, mal was trinken. Ich hab irgendwie ein bisschen wieder... Drei aus. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt haben wir Dienstag. Ich glaub's gar nicht. Ich glaub's nicht. Wir haben Dienstag. Vielleicht haben wir auch mal Glück und kriegen Kaffee. Wer weiß, wer weiß. Oh, nö. Ölspur. Soviel zum Thema. Irgendwie mach ich gerade nur Maschinist. Achtung, Hilfeleistung. Ölspur. Einsatz für LF24. Die Ölspur fahren wir noch, ne? Halt. Ach, nicht schon wieder. Backt der da wieder? Das hatten wir schon mal. 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 Das hatten wir schon mal. Mal. Aber hab ich ja mal gut reagiert. Hehehehe. Gut reagiert. Mal. 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 Zoom. Nö, die brauche ich ja nicht benutzen. Gut. Mama. Machen wir doch alles. Nö, fast. Hehehe. Ah, Mann. Ja, also, wie gesagt, wenn das Spiel läuft, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist das so unrealistisch nicht. Okay. 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 Oder was sagt ihr dazu? Wenn es läuft, geht es eigentlich, oder? Okay. 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 Tja, also, so ein bisschen, ne? So, ihr Lieben, wir fahren dann eh zurück zur Wache und dann sag ich mal bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.